Ich möchte für meine Frau kein Pflegefall werden. Ende. Dafür tue ich im Moment alles. Beweisen muss ich mir nichts mehr. Durch die diversen Schicksalsschläge in meinem Leben ist das für mich einfach ein schöner Moment, den mir keiner mehr nehmen kann. Und mir wird nicht gesagt, du bist nutzlos. Mir wurde 2011 die Diagnose MS gestellt. Damit einhergehend habe ich viele, viele Schmerzen hinter mich gebracht und auch Krankenhausaufenthalte und eine chronische Erkrankung ist nicht witzig. Ich möchte zeigen, dass MS nicht das Ende ist. Dass man auch danach noch seine Ziele verfolgen kann und dass man normal weiterleben kann. Diese Kampagne ist für mich was ganz Neues. Fabian vermittelt mir definitiv das Gefühl, dass das für jeden hier in dieser Gruppe unmöglich ist, diese zehn Kilometer zu laufen. Wenn ich einen Plan habe und den verfolgen kann, das war schon immer mein Ding. Alles wird mich weit bringen. Ich denke, ich werde da viel rausziehen, aber für das Leben danach. Ich verfolge den Traum, irgendwann mal einen Halbmarathon zu laufen. Die aktuelle körperliche Fitness so zu halten, so lange wie möglich und niemals im Rollstuhl zu landen. Die aktuelle körperliche Fitness so zu halten, wie möglich ist das für jeden hier in der Welt. Die aktuelle körperliche Fitness